Wow, er ist es! Die Mr. College-Wahl ist vorbei. Lasst uns dem Gewinner gratulieren. Das ist für euch, Mädels. Es ist für mich. Danke, Hübscher. Eigentlich ist es für mich. Wir wissen immer noch nicht, wer dieses Jahr unsere Mrs. College ist. Ich werde gewinnen. Oh nein, ich werde nie gewinnen. Aber ich muss es versuchen. Ihr habt 24 Stunden Zeit. Was erhoffen sie sich überhaupt? Oh, ich muss mich beeilen. Was? Alles, was ich brauche, ist genau hier. Cool. Aua, was ist das? Du machst wohl Witze. Aus dem Weg. Ich habe noch nie etwas Cooleres gesehen. Perfekt. Ich muss es einfach haben. Aut, das tat weh. Was war das? Das ist mir egal. Nichts wird mich aufhalten. Es ist wunderschön und es muss meins sein. Absolut umwerfend. Wie sehe ich aus? Aha, klar. Oh. Das ist das perfekte Outfit. Aber hast du das Preisschild gesehen? Kannst du es bezahlen? Aha. Lass mal sehen. Oh, das ist alles, was ich habe. Können Sie mir einen Rabatt geben? Auf keinen Fall. Security. Hey du, raus mit dir. Nein, nein. Aua. Hör auf. Zeit, den Müll rauszubringen. Uff, ist die schwer. Und komm bloß nicht wieder. Hey, was ist das? Äh. Warum habe ich so ein Pech? Oh nein, ich bin mit Müll bedeckt. Es wird den ganzen Tag dauern, das abzuwaschen. Warte. Dafür habe ich keine Zeit. Warte mal, ich habe eine Idee. Mal sehen. Vielleicht finde ich ja etwas Nützliches. Uff. Uff. Lass uns das abstauben. Wow. Ich glaube, ich kann etwas Cooles daraus machen. Lass uns alles zusammensetzen. Oh, wir haben sogar noch ein paar Bonbons übrig. Großartig. Jetzt lass uns alles zusammenpacken. Hm, cool. Sollen wir es anprobieren? Das gefällt mir. Ich glaube, alle werden beeindruckt sein. Oh nein, wer ist da? Was ist das für ein Monster? So unheimlich. Hey, kleiner Mann. Lass uns Freunde sein. Willst du fliegen? Ah, was ist das? Nimm das weg von mir. Meine Haare. Das ist eine Katastrophe. So kann ich nicht herumlaufen. Fast keine Zeit mehr. Ich werde es trotzdem schaffen. Tumchick. Ups, das ist zu viel. Lass uns etwas anderes versuchen. Oh, das ist besser. Ich liebe es. Diese Frisur braucht nur noch eine Krone. Auf geht's. Wir wollen gewinnen. Oh, ein perfektes Paar. Genau wie Ethan und ich. Dieses Jahr werden wir heller strahlen als je zuvor. Oh je, wir werden bald zusammen sein. Hey, was ist das? What? Warte mal, ich habe hier etwas gesehen. Wo ist es denn? Oh, hier ist es. Wow, das hätte ich auch gerne. Genau. Zeit, mich zu schminken. Wow, eine Kosmetiktasche. Ich bin so glücklich. Jetzt werden alle neidisch sein. Lasst uns loslegen. Tumchick. Zeichnen wir zuerst die Augenbrauen. Und jetzt ein bisschen Gliedschatten. Ich glaube, das wird süß aussehen. Lippenstift. Schauen wir mal, wie es geworden ist. Wow, ich bin einfach unwiderstehlich. Ich muss ein Selfie machen. Tumtick. Wow, so viele Kommentare. Wahnsinn. Was für eine Loserin. Wie auch immer. Ich kann mich nicht ablenken lassen. Alles muss perfekt sein. Das ist nicht richtig. Tumtick. Ich werde absolut makellos sein. Start. Fabelhaft. Und natürlich eine goldene Maske. Lass uns ein bisschen Goldpulver hinzufügen. So glänzend. Gut, dass ich diesen Pinsel habe. Tumtick. Oh ja, dieses Jahr wird mich niemand überstrahlen. Das ganze Gold wird mir gehören. Einfach perfekt. Die Armbänder sind fertig. Oh, Zeit nach mehr Accessoires zu suchen. Ich hab's. Oh, Arma Dog Day. Was ist denn mit dir passiert? Oh, hallo. Du hast mich gefunden. Danke. Äh, entsprechendes Spielzeug. Aua. Was ist denn hier los? Hey, schau mal, was ich gefunden habe. Es gefällt mir nicht, aber ich hoffe, es ist etwas Gutes. Also, was hast du gefunden? Schau mal hinter den Mülleimer. Jeans. Wirklich? Wow. Danke, Dog Day. Du hast mir sehr geholfen. Ich kann es kaum erwarten, sie anzuprobieren. Ups. Kein Wunder, dass sie im Müll gelandet sind. Schau dir diese Löcher an. Ich bin sicher, wir können sie zusammenflicken. Oh, na gut. Mal sehen, was wir finden können. Hm, das könnte funktionieren. Und das hier? Wow. Das ist wunderschön. Wow. Also gut. Jetzt bin ich sicher, dass ich es schaffen werde. Zuerst müssen wir alles bügeln. Oh, wunderbar. Nun schneiden wir die Flicken, die wir brauchen, aus. Wir können die Tasche verziehen. Die sind so süß. Tumtick. Ich denke, sie werden fantastisch aussehen. Dog Day. Mach mit. Klar. Ich habe eine tolle Idee. Tumtick. Wow. So schön. Jetzt werde ich immer bei dir sein. So cool. Endlich kann ich es anprobieren. Ich hoffe, sie passen. Oh ja. Jetzt werde ich auf jeden Fall gewinnen. Das ist so stylisch. Was ist das für eine Mode für streunende Hunde? Die Zeit läuft uns davon. Es gibt noch so viel zu tun. Es ist Zeit, ein bisschen zu glänzen. Oh ja. Meine Edelsteine. Ich bin zur Juwelierin geboren. Tumtick. Nur noch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe es geschafft. Alle werden meine neue Handyhülle lieben. Puh. Zeit zum Dekorieren. Fangen wir mit einem Rubin an. Jeder muss wissen, wie reich ich bin. Wow. Ein neues Feature? Erstaunlich. Das ist ein königliches Festmahl. Bitte sehr, Ma'am. Guten Appetit. Ich liebe Hummer. Wow. Ist der al dente? Oh, Entschuldigung. Vielleicht etwas Kokosmilch? Hier, bitte sehr. Das ist schrecklich. Stimmt etwas nicht? Das war eklig. Aber, Ma'am. Oh. Wir müssen das Restaurant schließen. Auf Wiedersehen, mein Traum. Wow. Was ist das? Warum habe ich so viel Pech? Ist das Essen? Oh nein. Wir haben fast keine Zeit mehr. Ich werde es nicht schaffen. Also gut. Reiß dich zusammen, Kat. Du schaffst das. Mir fällt schon was ein. Komm schon. Wow, Becher. Ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Jetzt werde ich mir eine tolle Frisur machen. Alle werden so neidisch sein. Perfekt. Und jetzt bürsten wir es aus. Wahnsinn. Tiefgraben. Ich kann den Boden sehen. Jetzt machen wir ein paar coole Haarspangen. Ich brauche mehr Zöpfe. Keiner kann mich übertreffen. Toll. Wie spät ist es? Oh nein. Ich muss mich beeilen. Oh, er ist es. Hallo Mädels. Es ist Zeit, meine Königin zu wählen. Ich liebe euch alle. Wer hat die Loserin hier reingelassen? Oh nein. Und hier ist unsere Spitzenkandidatin Foxy. Hey Mädels. Ethan gehört definitiv mir. Gebt jetzt auf. Hat sie das gerade zu mir gesagt? Nächste Kandidatin Kat. Oh, ich bin so nervös. Ich schaffe das. Wow. Was für ein Outfit. Ich bin ein bisschen zittrig. Aber ich werde es schaffen. Also gut. Ruhe bitte. Jetzt werden wir entscheiden, wer in diesem Jammis College wird. Die Gewinnerin ist... Ich hoffe, ich bin es. Auf keinen Fall. Es ist Kat. Vielen Dank. Ich liebe euch alle. Ich kann es nicht glauben. Das ist unmöglich. Du bist nicht mehr unser Idol. Tja, du bist die Schlimmste. Hör auf. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Und jetzt holt die Krone. Oh ja. Endlich habe ich meine Königin gefunden. Wiemals. Ist das ein Traum? Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe euch. Das ist alles, wovon ich je geträumt habe. Hey. Nun ist es an der Zeit, den Vertrag zu unterschreiben. Ich bin dabei. Oh, was passiert mit mir? Cool. Ich bin jetzt Duck Day. Wow. Was für ein Outfit. Sie ist einfach unglaublich. Los. Wir beginnen mit den Dreharbeiten. Szene 1, Take 1. Action. Was? Sie machen einen Film. Das ist großartig. Zurücktreten. Toll. Weiter so. Hm. Na gut. Das fühlt sich so komisch an. Oh nein. Das ist schlecht. Aha. Ich habe dich gefunden. Oh nein. Es ist dir leid. Ha. Toll. Lass uns ein bisschen Action machen. Hey. Das steht nicht im Drehbuch. Komm her, Duck Day. Tumtick. Jetzt entkommst du mir nicht mehr. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht, aber es gefällt mir hier nicht. Das ist eure Strafe. Was für ein Albtraum. Oh, die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Hey, geh weg. Du bist nicht stark genug. Körbe. Wow. Was ist das? Ein Bauplan? Das ist also der einzige Ausweg? Ich hab's. Lass uns. Ekelhaft. Ich verdiene das Beste. Mal sehen, was es da gibt. Oh nein. Was für eine eklige, arme Farbe. Wollt ihr mich verarschen? Tumtick. Wuhu. Genau das, was ich brauchte. Jetzt ist es das Bett meiner Träume. Like das Video, wenn du es auch magst. Zeit zum Bezahlen. Ich liebe dich. Tumtick. Ich bin zuerst fertig. Rechts Plastik, links Pappe. Wow. Ein Ball? Wuhu. Ich habe noch nie einen gehabt. Das macht so viel Spaß. Halt. Ich habe eine Idee. Wo ist die Kiste? Lass uns loslegen. Super. Jetzt etwas Farbe. Tumtick. Wunderbar. Das gefällt mir jetzt schon. Wie wäre es, wenn wir Spieler machen? Hm. Ich habe es. Ich werde unsere Gesichter aufkleben. Wäscheklammern funktionieren super. Mach dich bereit zum Spielen. Duck Day. Und Catnap. So süß. Das Spiel beginnt. Der Schiri holt den Ball. Und das Spiel beginnt. Die Nummer 1 geht an die Nummer 3. Und Tor. Autsch. Was ist denn hier los? Ein Ball? Und der ist nicht mal aus Gold? Catnap. Bist du das? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Es ist nur ein Ball. Willst du vielleicht mitspielen? Ich werde Catnap sein. Gut, aber nur ein Spiel. Du bist eine gute Spielerin. Aber ich werde trotzdem gewinnen. Das macht nichts. Ich gewinne trotzdem. Du kommst nicht an meiner Verteidigung vorbei. Ich habe gepunktet. Blödes Spiel. Du weißt einfach nicht, wie man verliert. Was? Du dumme Katze. Das war's. Du steckst in Schwierigkeiten. Was für ein Albtraum. Ich werde ihr nicht zu nahe kommen. Oh nein. Mein schönes Gesicht. Sie hat alles ruiniert. Aber ich habe eine Lösung. Enttäusche mich nicht. Tumtchik. Bin ich nicht genial? Noch ein Punkt geschafft. Noch besser als auf dem Bild. Jetzt kann ich mich in Form bringen. Ich habe das so sehr vermisst. Ah. Cool, was? Na, 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 na. Wie geht es den Mädchen? Ich wollte einen Moment. Es scheint, als hätten sie dort Spaß. Aber das kriegen wir schon hin. Tumtchik. Wunderbar. Was ist das? Ketten? Ah. Oh. Hi. Hallo. Pass auf, wo du hinläufst. Ist es ein schlechter Scherz? Nein, ich weiß nicht, wo es herkommt. Lass mich los. Verauf an mir zu zerren. Oh. Warum ich? Oh ja. Schau mal. Da ist dein Schloss. Es scheint, als bräuchten wir Likes, um frei zu kommen. Leute, bitte helft uns. Like dieses Video, damit wir frei kommen können. Ich will nicht hier sein. Bitte. Bitte. Oh, vielleicht hören sie auf dich. Leute, gebt uns eure Likes. Sie wird mein Bett schmutzig machen. Bitte. Wuhu. Wir sind frei. Das ist ja furchtbar. Sie sind nicht einmal golden. Danke. Gib mir fünf. Hm. Nein. Geh weg. Schneller. Jetzt geht's besser. Oh. Übrigens, das habe ich noch nie gesehen. Was ist da drin? Ekelhaft. Es riecht nach Armut. Wer hat es hier gelassen? Ein Obdachloser? Wow. So exquisit. Ich frage mich, was da drin ist. Wahnsinn. Was für eine Schönheit. Ich glaube, damit kann ich etwas anfangen. Ich hab's. Einfach perfekt. Jetzt geht's an die Arbeit. Wir brauchen eine Basis. Wir markieren die Puttenumrisse darauf. Wow, ich bin eine Künstlerin. Jetzt schneide sie aus. Vorsichtig und entlang der Linie. So. Vrum. Jetzt können wir sie anmalen. In rosa wird es toll aussehen. Geschafft. Und der letzte Schliff. Perfekt. Was sollen wir noch hinzufügen? Ich habe eine Idee. Wäscheklammern. Meine Retter. Das werden meine Aufhänger sein. So toll. Jetzt können wir die Dekoration anbringen. Rütt rüber. Wir haben einen neuen Stern. Ja. Der beste Organiser für Dekorationen. So geräumig und schön. Und ich bin so schlau. Ja. Sieht so aus, als ob ein weiterer Artikel komplett ist. Geschafft. Ich bin der Freiheit einen Schritt näher gekommen. Warte. Das habe ich verpasst. Hm. Ich glaube, es ist die Sonne. Oh ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was ich habe. Da ist sie. Perfekt. Das wird einfacher sein, als ich dachte. Und hier ist mein 100-karätiger gelber Topaz. Perfekt für ein bisschen Sonne. Er sieht toll aus. Oh ja. Er ist noch heller als der echte. Tumtick. Herrlich. Ich mag das so sehr. Ah. Und ich habe einen Punkt gemacht. Jetzt entscheide ich, wann es Tag und wann es Nacht ist. Die Magie des Geldes. Tumtick. Hehe. Das macht so viel Spaß. Oh. Ich habe die Liste ganz vergessen. Ich brauche einen Traumfänger. Jetzt bist du dran. Hup. Super. Woher bekomme ich gern? Oh. Ich habe ihn gefunden. Und jetzt an die Arbeit. Wickle den gesamten Rahmen ein. Nicht schlecht. Schneide den Faden ab. Und füge etwas Wolle hinzu. Tumtick. Wahnsinn. Was für eine Schönheit. Oh. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Du bist die perfekte Ergänzung für mein Zimmer. Erledigt. Cool. Miau. Hm. So lecker. Ja. Hey. Duck Day. Ich bin kein Mülleimer. Oh. Vielleicht sollte ich es ihr auf den Kopf kippen. Aber ich habe eine bessere Idee. Was wäre, wenn wir erst alles bekommen und dann verdrehen? Was für ein Strauß. Ah. Eine Alpenwiese. Und eine Vase. Oh. Ich werde eine aus einer Flasche machen. Noch ein Schritt und sie ist fertig. Eine Catnab. Jetzt haben die Blumen ein Zuhause. Cool. Aber es könnte besser sein. K. Jetzt ist es viel besser. Und es ist so eine süße Katze. Genau wie ich. Miau. Ich habe ein kuscheliges Plätzchen für dich. Vergiss es nicht. Toll. Oh. So ungemütlich. Irgendetwas stört mich. Was ist es? Oh. Immer noch ungemütlich. Hm. Ah. So schön. Hm. Ist das ein Luftzug? Brrr. So kalt. Oh. Ich stecke wirklich in Schwierigkeiten. Oh. Ich habe eine Idee. Genau das, was ich brauche. Jetzt ist es viel besser. Aber Perfektion hat keine Grenzen. Ich werde Gold hinzufügen. Es wird sehr schön werden. Schumschick. Wuhu. Der perfekte Platz zum Schlafen. Das gefällt mir. Das muss ich auf der Liste markieren. Nehmt ihr Karton an? Natürlich tut ihr das. Ich liebe es. Und ich habe es toll gemacht. Ganz allein. Lasst uns feiern. Oh ja. Eine goldene Party. Wow. Soll ich damit schlafen? Oh. Sie sind so hübsch. Ich kann ein Mobile aus ihnen machen. Los an die Arbeit. Nimm eine Blume als Unterlage. Jetzt die Fäden. Super. Befestige alles mit Kleber. Geschafft. Jetzt den Faden ziehen. Wow. So klebrig. Wickele ihn um den Ballon. Cool. Zeit, meine Krallen zu zeigen. Miau. Was war das? Catnap. Hast du wieder deine alten Tricks drauf? So cool. So schön. Es werde Licht. Wow. Es ist, als wäre ich im Weltall. Wir können es durchstreichen. Es ist so cool hier. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Oh. Ich habe das Bett vergessen. Was für eine Falle. Es scheint, dass ich nicht ohne es auskomme. Ist schon okay. Ich werde schon damit fertig. Steh gerade. Boom. Du kannst dich nicht gegen mich wehren. Ah. Was soll der Lärm? Es reicht. Nur noch ein bisschen. Genug. Ich habe dich davor gewarnt, hier Lärm zu machen. Jetzt wirst du es bereuen. Oh. Ah. Autsch. Was war das? Was für ein Albtraum. Das werde ich dir nie verzeihen. Zum Check. Jetzt zeige ich es dir. Hey. Was ist los? Das verstehe ich nicht. Du auch nicht? Wo ist mein Vermögen? Was ist passiert? Hey. Das war's, Mädels. Ihr habt euch eine neue Strafe verdient. Lass uns gehen. Mit großem Vergnügen. Willkommen. Viel Spaß. Was? Wo sind wir denn diesmal? Hey. Schau mal. Was ist das da drüben? Bist du bereit? Oh nein. Er ist verschlossen. Sieh mal. Da kommen keine Nerds durch. Aber Kitty, Nip und Dog Day dürfen rein. Ich verstehe. Wir müssen zu ihnen werden. Aber wie? Sieh doch nur. Ihre kleinen Ebenbilder. Und ich habe ein Brettspiel gefunden. Oh ja. Sie müssen von diesem Spiel sein. Zeig es dir. Wir müssen die Figuren platzieren und das Ende erreichen. Wow. Oh. Du wirst Dog Day sein. Und ich werde Catnap sein. Okay. Dann lass uns anfangen. Ich fange an. Hoffentlich habe ich Glück. Eins. Na dann los. Eine Schminkzelle. Wo soll ich das machen? Ich werde nachschauen gehen. Wenn ich Make-up wäre, wo wäre ich dann? Au. Aber. Das tut weh. Wow. Molly, komm her. Mehr Energie. Halt dich fest. Was ist hier los? Wir sind angekettet. Hilfe. Ah. Ah. Was ist hier los? Ich habe Angst. Cat. Oh. Woher kommen diese Hände? Es scheint, als hätte das Make-up uns gefunden. Du hast recht. Wir fangen mit dem Make-over an. Und ich fange an, es zu mögen. Wow. Cool. Wird es uns wirklich gut gehen? Wow. Cool. Ja. Hast du mein Make-up gesehen? Rll. Cool. Hast du meins gesehen? Komm, wir gehen zum Spielbrett. Sieh mal, jetzt brauchen wir die Pfotenhandschuhe. Aber wie sollen wir sie machen? Ich habe es kapiert. Vertrau mir. Ich hoffe, sie schafft es. Aha. Hier sind sie. Bin ich nicht ein Genie? Ich habe es. Ich habe sie auch. Zeit zum Nähen. Oder? Ja, natürlich. Aber zuerst müssen wir die Form ausschneiden. Wir müssen uns beeilen. Sieh nur. Aha. Ich habe es auch geschafft. Gib mir fünf. Oh. Okay. Los geht's. Jetzt werfe ich ihn. Schon schick. Wow. Was ist das? Sieht aus wie eine Toilettenpapier-Challenge. Lass es uns versuchen. Sieh dir all diese Preise an. Ich fange an. Wir müssen den Becher auf die andere Seite des Tisches bringen. Oh. Stopp. Ich habe Skittles gewonnen. Der Preis gehört mir. Ich glaube, ich habe Glück. Hm. Ich liebe Skittles. Hm. Oh. Meine Haare. Ich habe eine Idee. Versuchen wir es mal mit Gelb. Wow. Es funktioniert. Ich weiß. Ich brauche Lila. Los geht's. Oh. Genau das, was ich brauche. Ich liebe es. Jetzt bist du dran. Cool. Ich glaube, ich habe mir etwas Milch verdient. Hm. Ah. Diese Ohren sind so süß. Okay. Ich werde es auch versuchen. Oh. Eine Karotte. Ich knabbere sie ein bisschen an. Hm. Was ist los? Oh nein. Das sind nicht die richtigen Ohren. Wir müssen das in Ordnung bringen. Wow. Und was ist der Preis? Oh. Es ist ein Zopfgummi. Gut gemacht, Kat. Sieh dir nur diese Frisur an. Ist sie nicht schön? Ich werde etwas anderes ausprobieren. Ich glaube, die Haarbänder werden zu meinem Look passen. Cool. Das gefällt mir. Wow. Sogar die Ohren haben sich verändert. Einfach cool. Wie findest du das? Du siehst toll aus. Oh. Und ein Knochen als Slack. Lass uns gehen. Wir sind noch nicht fertig. So. Jetzt bin ich dran. Schon schick. Oh. Wie geht's meinem Mädchen? Mal sehen. Wuhu. Wir haben gewonnen. Toll. Auf keinen Fall. Das lasse ich nicht zu. Halt dich fest, Kat. Ah. Nicht das. Was habe ich mir nur erhofft? Diese Misty Light ist wirklich nervig. Schauen wir mal, was wir haben. Kein Ausweg. Leute. Bitte helft uns. Liked das Video, damit wir unsere Herausforderung fortsetzen können. Nur noch ein bisschen mehr. Bitte. Liked dieses Video. Wir zählen auf euch. Juhu. Juhu. Ihr seid so toll. Spitze. Das ist für mich. Aber woher bekomme ich sie? Wow. Sieh mal. Ich beeile mich. Kann ich helfen? Ja. Kannst du mich umfahren? Kein Problem. Leg dich einfach hin. Das ist eine coole Idee. Warte. Ich bin fast fertig. Super. Jetzt, wo wir die Maße haben, können wir es ausschneiden. Geschafft. Ich habe das Schnittmuster. Okay. Was ist das? Topstoff. Aber kein gewöhnlicher. Willst du ihn ausprobieren? Nur ein paar Tropfen und fertig. Cool. Dankeschön. Fügen wir noch etwas Fell hinzu. Tumtick. Lass uns unser Oberteil verzieren. Und die Ärmel. Schön. Trotzdem fehlt noch etwas. Oh. Einfach perfekt. Jetzt ist es toll. Lass es uns anprobieren. Wow. Du siehst toll aus. Oh ja. Mir gefällt es auch. Lass uns das Spiel fortsetzen. Tumtick. Ich bin dran. Eine Ampel? Das ist ja seltsam. Oh, der Bildschirm leuchtet auf. Es scheint, als wäre es Zeit zu tanzen. Ich weiß nur nicht genau wo. Ah, hier sind die Plattformen. Jetzt können wir es versuchen. Toll. Ich hoffe, ich schaffe es. Endlich kann ich diese Tat-Tata-Fähigkeiten anwenden. Oh ja. Los, Kat. Ich glaube an dich. Du wirst sie alle besiegen. Danke, Molly. Ich versuche mein Bestes. Und was jetzt? Habe ich bestanden? Juhu. Ich habe gewonnen. Siegestanz. Wow. Was ist das? Hey. Der Preis muss hier sein. Wahnsinn. Wie schön. Was für ein Jumpsuit. Ich kann es kaum erwarten, ihn anzuprobieren. Oh. Wie sehe ich aus? Das steht dir. Danke. Sieh nur. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Dann bin ich jetzt dran. Tschüssig. Hier. Los, Katnipp. Kat? Was ist denn da? Beeil dich. Die Shorts müssen hier sein. Ich muss also reingehen. Ja, komm schon. Steig ein. Alles klar. Magische Zeit. Ich bin auf meinem Platz. Kat? Erschreck mich nicht. Ich habe Angst. Ich habe mich verschluckt. Wow. Und jetzt lass uns zaubern. Tschüssig. Na und? Hey. Nimm das weg. Entschuldigung. Versuchen wir es nochmal. Tschüssig. Genau das machen wir jetzt. Sieht perfekt aus. Kann ich es jetzt machen? Ich glaube, das ist ein schlechter Einfluss. Oh. Ich bringe es jetzt. Hier. Oh. Braves Hündchen. Und hinter dem Ohr kraulen. Noch mehr. Jetzt bin ich dran. Ich frage mich, was es dieses Mal gibt. Tschüssig. Zwei. Ausgezeichnet. Ich könnte auch ein Halsband gebrauchen. Woher bekomme ich es? Lass uns ein bisschen Spaß haben. Schau Molly. Fang den Hasen. Komm her. Was? Ich fange sie jetzt. Hey. Stopp. Ich habe sie gefangen. Du bist so witzig. Niemals. Ich habe es dir gesagt. Da hast du es. Wow. Ich danke dir. Das wird ein tolles Halsband. Los. Klebe Pistole. Lass uns ein paar bunte Perlen aufkleben. Ich finde, das sieht gut aus. Schau mal, was ich gefunden habe. Danke, Mädchen. Lass uns eine Kette anbringen. Und kleben wir sie auch fest. Einfach toll. Mein Halsband ist fertig. So schön. Ich habe dir gesagt, dass ich auch eins brauche. Lass mal sehen. Kann ich es mitnehmen? Es gehört mir. Hey. Sei nicht so gierig. Ich werde es dir nicht geben. Wow. Toll. Autsch. Mein Kopf. Und es steht dir. Ich werde meins auftragen. Ich bin eine Schönheit. Mädels. Wartet. Was ist das bei dir? Das wird nicht funktionieren. Was ist los? Warte. Sie verhält sich komisch. Warte hier. Puh. Du bist gerettet. Such dir ein schickes Hemd aus. Mal sehen, was wir haben. Wow. Nicht schlecht. Ich glaube, das wird reichen. Obwohl nein. Das hier gefällt mir auch nicht. Nö. Na? Oh. Vorsichtig. Das ist das alles nicht. Ich brauche das Beste. Hey. Cat. Oh. Ist das alles? Oh. Es ist einfach perfekt. Hilfe. Ich kriege keine Luft mehr. diese Farbe wird mir bestimmt stehen. Also gut. Lasst uns an die Arbeit gehen. Wie dick. Los geht's. Total cool. Molly. Was ist denn mit dir los? Hol mich hier raus. Warte. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche die Strumpfhose und ich glaube, ich weiß, wie man sie macht. Nein. Nein, nicht. Oh. Warte. Es ist nicht schlecht. Na und? Cool, oder? Jetzt bin ich genau wie Dog Day. Folge mir. Jetzt mein Wurf. Tschubschick. Komm schon. Wow. Ich brauche die Hausschuhe. Lass sie uns machen. Oh ja. Du wirst die Nächste sein. Hey Mädchen. Schaut her. Und gehorcht. Ja, Ma'am. Das geht nicht. Das klappt nicht. Molly, geht's dir gut? Wow. Was ist denn los mit dir? Finde das Kind. Bring es zu Misty Light. Tschubschick. Ich komme dich holen. Misty Light braucht dich, also kommst du mit mir. Es ist ja gruselig. Leute, lasst uns hier verschwinden. Er ist zu unheimlich. Wo ist unser kleiner Gast? Hier? Nein. Vielleicht hier? Oh nein. Wo ist sie hin? Ich werde dich finden. Oh nein. Ich dachte, er kommt nicht zurück. Ich hoffe, er findet mich hier nicht. Was soll ich tun, Kissy? Oh, so geräumig. Psst. Lass ihn dich nicht finden. Ich kümmere mich selbst um ihn. Ich glaube, er hat es nicht bemerkt. Hallo. Oh nein. Sind das Blähungen? Ich fühle mich nicht so gut. Ist das alles? Ah. Ich wünschte, ich könnte an die Waffe kommen. Ich würde mit ihm leicht fertig werden. Ich habe dich. Nimm sie. Ein Pin? Nein, eine andere Waffe. Okay, ich gebe sie dir jetzt. Ein Huhn? Nein. Okay, hör auf. Hm. Stimmt etwas nicht? Was machst du da? Ich habe nach einer Waffe gefragt. Warum hast du sie nicht gesehen? Du hättest es früher sagen sollen. Lass uns weitermachen. Komm schon. Mit Verglügen. Also der hier. Nimm ihn, Kissy. Ein Ball? Willst du mich verarschen? Oh, ein Ball. Jetzt fange ich dich. Was? Hat es wirklich funktioniert? Puh, das war knapp. Catnap? Miau. Ich lasse dich allein. Gut gemacht, Baby. Wow, Kissy, komm zurück. Nicht so schnell. Oh nein. Hoffentlich merkt er es nicht. Ich bin wieder auf dem richtigen Weg. Wo ist Catnap? Oh nein, ist das eklig. Hm, nichts Brauchbares. Oh, bist du neu? Ah, weg da. So unhöflich. Ich werde dir gute Manieren beibringen. Wow, diese Arme. Zieh nicht daran. Limbo. Ich habe es geschafft. Glaubst du, ich spiele Spiele mit dir? Auf keinen Fall. Ich sitze fest. Und du bist schlau. Wage es ja nicht, mich auszulachen. Ich bin eigentlich auf deiner Seite. Ist das klar? Ja. Lass mich einfach gehen. Hast du Hagi mitgebracht? Das ist dir toll. Und jetzt leg dich hin. Was hast du vor? Jetzt wirst du es erfahren. Blaze, hier. Hey, vielleicht solltest du das nicht tun. Oh doch. Tun schick. Oh. Es ist toll geworden. Oh ja. Jetzt habe ich noch mehr Kräfte. Ich bin fertig mit Kissy. Nur noch das Mädchen ist übrig. Wo versteckt sie sich? Komm raus. Du willst doch, dass ich nett bin, oder? Ich bin so müde. Aber ich kann nicht einschlafen. Ich muss mich festhalten. Leute, bitte liked dieses Video. Ich brauche viele Likes, damit ich nicht einschlafe. Oh, danke. Es klappt. Macht weiter so. Bitte. Es hat geklappt. Der Rauch ist nicht mehr gruselig. Na, na. Ich glaube, ich höre etwas. Keine Sorge, Baby. Hilfe ist auf dem Weg. Und hier kommt Catnap. Wuhu. Willst du mich verarschen? Du bist nicht furchteinflößend und so funktioniert das nicht. Was meinst du? Lass es uns nochmal machen. Ich werde dich vernichten. So funktioniert das nicht. Ich weiß, dass du nicht Hagi bist. Komm schon, schau. Was? Wie ist das passiert? Ups. Ich will dich nicht ablenken. Hab einen schönen Tag und bla bla bla. Aber warum? Ciao, ciao. Er hat mich entlarvt. Der Plan ist gescheitert. Was soll ich tun? Ich habe mich so angestrengt. Oh nein. Was ist passiert? Er hat mich besiegt. Was für eine Heulsuse. Na gut. Ich habe etwas für dich. Ich muss es selbst machen. Auf einem Blatt skizzieren wir die Handsilhouette, aber viel größer. Dann schneiden wir sie aus. Tumchick. Wiederhole es auf Schaumstoff. Sprühe es an. Genau das, was Hagi braucht. Perfekt. Schau. Das wird nicht helfen. Was für ein Fiesling. Lass uns dieses Band an deinem Handgelenk anbringen und verschiedene Elemente hinzufügen. Fast fertig. Tumchick. Die Pistolenhand ist bereit. Mach sie an. Super. Das wirst du auch brauchen. Oh. Und was ist das? Das ist die perfekte Waffe. Ist das für mich? So cool. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Jetzt bin ich unbesiegbar. Und du kannst auch Backe Backe Kuchen spielen. Jetzt bin ich bereit, Catnap. Oh, pass auf. Aber denk dran. Sei vorsichtig mit dem Gas. Verstanden. Danke, Mama. Sieh an, sieh an. Und wo ist dieser Catnap? Er muss Angst vor mir haben. Sieh mich einfach an. Ich kümmere mich um dich. Überraschung. Ah. Weg da. Du kannst nicht gewinnen. Das werden wir ja sehen. Dein Gas funktioniert bei mir nicht. Oh, dieses Zeichen. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Schon schick. Das kann doch nicht wahr sein. Geschieht dir recht. Fügen wir noch etwas hinzu. Geht das nicht. Ah. Hilfe. Ah. Gefällt dir das? Das war's, Catnap. Das Spiel ist aus. Hey. Du kriegst mich nicht. Verlierer. Es reicht. Du hast gerade Glück gehabt. Fang mich, wenn du kannst. Das ist unerhört. Ich muss ihm eine Lektion erteilen. Komm zurück. Wo ist er? So schön. Er ist in unserer Falle. Wo sind denn alle hin? Wow. Was ist das? Cool. Ein Kratzbaum. Oh, wie gut. Das ist so schön. Es hat geklappt. Das ist unsere Chance. Beweg dich nur nicht. Jetzt bin ich dran. Oh, pass auf. Lass los. Auf keinen Fall. Hümmere dich um ihn schneller. Du hast es so gewollt. Ein Schlag mit tausend Handflächen. Haha. Ich halte ihn fest. Stopp. Das war's. Es ist Zeit, dir zu zeigen, wer hier der Boss ist. Autsch. Das hat wehgetan. Du bist die nächste Mami. Oh nein. Gefällt es dir? Ich lasse dich nicht mehr los. Ich muss mich noch um das Mädchen kümmern. Sie konnte nicht weit weglaufen. Jagdzeit. Ich hoffe, Papa geht's gut. Wo bist du, Baby? Ich muss etwas tun. Ich habe eine Idee. Maus, komm her. Jetzt zeige ich dir Catnap. Tata, mach weiter. Hoffentlich klappt es. Was ist das? Eine Maus? Komm her. Ich fange dich. So furchterregend ist er gar nicht. Miau. Ich frage mich, ob er mit dem Laser spielt. Ein Licht? Wie niedlich. Komm her. Hey, wo willst du hin? Autsch. Dummerchen. Du kannst nicht entkommen. Komm her. Warte einen Moment. Da bist du ja. Oh oh. Zeit zu gehen. Genau. Hilfe. Du bist schon so lange weggelaufen. Aber jetzt habe ich dich erwischt. Lass los. Tu das nicht. Es ist zu spät. Sag dem Leben lebe wohl, Baby. Tschumchick. Wie komme ich raus? Es hat geklappt. Gefällt dir das? Hey, das war's nicht. Schon wieder. Das macht Spaß. Was? Schon wieder alles? Ich bin es so leid. Oh, was war das denn? Okay. Dann fresse ich dich einfach. So lecker. Endlich bin ich nicht mehr hungrig. Oh, du Schurke. Bring meine Tochter zurück. Ich zähle bis drei. Oder du wirst es bereuen. Du bist also rausgekommen? Wohlst dir. Verlierer. Du hast es so gewollt. Was hast du getan? Das wirst du bereuen. Lass los. Mein Gesicht. Ah. Hey. Wer ist das? Ah. Was ist hier los? Nur nicht das. Bitte nicht. Ah. Hör auf. Bitte. Oh. Papa, wach auf. Hm. Wo bin ich? Es war also ein Traum? Und Catnab ist weg? Puh. Was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, Papa. Diese Barbie ist so cool. Oh, sie ist auch eine Meerjungfrau. Wow, so cool. Wir werden beste Freundinnen sein. Und du, Ladybug, ruf dich erst mal hier aus. Mach's gut. Oh, wo bin ich? Ich kann nicht atmen. Hm? Ich brauche 10.000 Likes, damit sich die Kiste öffnet. Leute, helft mir bitte. Liked dieses Video, damit ich hier rauskomme. Ich flehe euch an. Ich glaube, es klappt. Noch ein bisschen mehr. Bitte beeilt euch. Wow. Wir haben es geschafft. Ich bin frei. Und hier ist die Sauerstoffmaske. Ich bin gerettet. Oh. Danke, Leute. Ihr seid die Besten. Oh. Baby, ich bin hier. Hey. Kannst du mich hören? Du bist so cool. Willst du schwimmen? Ladybug? Hab dich. Lass mich in Ruhe. Wow. Warum bist du hier? Weißt du, du kannst mir helfen. Ich habe eine Idee. Wenn ich eine Meerjungfrau werde, kann ich hier rauskommen. Ich muss nur noch ein paar Schritte machen. Der erste Schritt ist das Make-up. Super. Gut, dann nehmen wir erst mal die Maske ab. Das ist ja furchtbar. Das Wasser hat mein Make-up abgewaschen. Ein guter Grund, die Maske auszuprobieren. Hm. So schön. Komm schon schneller. Es ist Zeit, mich zu schminken. Aha. Jetzt wird mich niemand mehr erkennen. Ist das nicht schön? Hey. Was denkst du, Baby? Schau. Du bist so witzig. Was ist das? Es ist Zeit, deine Zähne zu putzen. Oh, Mama. Ich will aber nicht. Ich bin sicher, sie liebt es. Mal sehen, was als nächstes kommt. Hm. Ich glaube, das schaffe ich. Aber ich mag meine Frisur. Wie geht? Ich will sie nicht bürsten. Aua. Was war das? Mein Kopf. Was ist mit ihm los? Es tut weh und es ist so klebrig. Aber das könnte zu meinem Vorteil sein. Ich muss mit einer Bürste durch meine Haare fahren. Das ist viel besser. Und ich putze mir gleichzeitig die Zähne. Das ist toll, Glanz. Cool. Du bist mein Lieblingsspielzeug. Warte, da glitzert etwas. Ich habe eine Idee. Es ist Zeit, angeln zu gehen. Verscheuche nur nicht die Fische, Barbie. Ah, er verfolgt mich. Hilfe. Wo soll ich mich verstecken? Ha. Ich bin ihm gerade noch ausgewichen. Oh nein, er kommt zurück. Ah, will das nicht. Ich kann den Boden unter meinen Füßen nicht spüren. Ich glaube, das ist meine Chance. Ich wünschte, ich könnte die Schere erreichen. Ein Ladybug-Jojo. Gerade noch rechtzeitig. Jetzt kann ich mich ganz einfach aus der Falle befreien. Ciao, ciao. Oh, das war gruselig. Was steht als nächstes auf der Liste? Oh, das Meerjungfrauentop. Was soll ich dafür nehmen? Genau. Ich habe etwas Stoff. Lass es uns mit Pailletten verziehen, wie die Fischschuppen. Entferne alles, was wir nicht brauchen. Verbinde die Formen miteinander. Es fehlt etwas. Lasst uns die schwarzen Perlen miteinander verbinden. Super. Jetzt können wir meine schwarzen Punkte hinzufügen. Zum Schick. Ich brauche mehr Flecken. Ich glaube, das ist genug. Das steht mir wirklich gut. Was kommt als nächstes? Der Schwanz. Nun ja, da fehlt definitiv. Vielleicht ist ja noch etwas in der Truhe. Wow, das ist genau das, was ich brauche. Sehe ich schon mehr wie eine Meerjungfrau aus? Nicht schlecht. Oh, das tut weh. Hm. Ich muss an meinem Schwanz arbeiten. Genau. Wie verbinde ich ihn zu einer Flosse? Ich habe eine Idee. Wickeln wir unsere Beine ein und malen sie rot an. Das sollte klappen. Toll. Und hier kommt die Farbe. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Wow. Es ist besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Diese Flecken werden toll auf meinem Schwanz aussehen. So. Ein paar mehr und fertig. Das ist perfekt. Okay, ich habe es geschafft. Hey Baby. Schau dir das Outfit an. Du bist mein bester Freund. Du bist so lustig. Baby, pass auf die Fische auf. Hey. Ah. Was für ein Fiesling. Geh. Oh nein. Nur das nicht. Es ist ein echtes Monster. Ein paar Tritte und der Sieg ist mein. Aber wie soll ich das mit dem Schwanz machen? Oh, dann müssen wir den ganzen Plan ändern. Oh, hallo Sebastian. Hallo, brauchst du Hilfe? Oh, willst du wirklich helfen? Ich habe auch kein gutes Gefühl mit einem solchen Nachbarn. Ich kann dir die Krallen leihen. Eine tolle Idee. Komm schon. Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Und ich habe von nichts Angst. Es ist an der Zeit, diesem Piranha eine Lektion zu erteilen. Lass mich dir das Unterwasser-Kung-Fu zeigen. Komm her. Ha. Mit mir kämpfst du nicht zurecht. Danke, Sebastian. Du hast uns gerettet. Woher hast du sie? Was? Du kannst hier einen Preis gewinnen. Lass es uns versuchen. Ich hoffe, ich treffe nicht daneben. Zum Schick. Oh nein. Wie hast du gewonnen? Ich weiß nicht. Das ist nur Glück. Und ich habe heute kein Glück. Warte. Ich habe ein Jojo. Zum Schick. Es hat geklappt. Wow. Was ist da drin? Was für eine schöne Halskette. Ich muss sie anprobieren. Zum Schick. Wow. An mir sieht sie noch besser aus. Was meinst du? Da waren auch noch die Ohrringe. Sieht toll aus mit meinem Outfit. Cool, was? Super. Super. Noch ein Punkt mehr. Oh, ich bin so hungrig. Seetang. Das ist eklig. Ich rufe die Lieferung an. Hallo. Ich möchte Mittagessen für das Aquarium bestellen. Hallo. Hier bin ich. Ich glaube, ich bin an der richtigen Adresse. Okay. Und wo jetzt? Das ist seltsam. Warte. Sie hat das Aquarium erwähnt. Ma'am, hallo. Hier ist ihre Lieferung. Der Donut ist noch warm. Nehmen Sie ihn. Wow. Er ist zu groß. Ist das alles? Und das Macaron. Wow. Und das geht aufs Haus. Mh, lecker. Wow. Was für ein Bauch. Das klappt nicht. Jetzt ist es toll. Zeit zum Bezahlen. Das ist für dich. Haben Sie Bargeld? Oh. Sie sind meine beste Kundin. Lass uns das für einen Regentag aufheben. Hey, Baby. Ich bin hier. Schau. Baby. Lass mich in Ruhe, Hagi. Geh auf die Toilette. Aua. Skibidi-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop. Geh runter. Skibidi-Dop-Dop. Hallo. Wer bist du? Oh, ich falle gleich. Du hast mich verfehlt. Was für ein Schurke. Weißt du, was ich tun werde? Cooles. Aber die Frisur ist trotzdem ruiniert. Und was soll ich tun? Warte, was ist das? Ich glaube, das ist kein gewöhnlicher Helm. Und was ist da drin? Wow. Aus diesen Kristallen kann man etwas Interessantes machen. Klebe sie mit der Klebepistole auf das Haarband. Sieht gut aus. Machen wir weiter. Wir können die schwarzen Perlen hinzufügen. Jump, jump, trick. Was für ein schöner Faden. Eine tolle Ergänzung. Klebe ihn gut an. Das ist schon viel besser. Jetzt lass es uns anprobieren. Wow. So schön. Nun wird niemand mehr meine Haare ruinieren. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.